Hi, ich bin Lisa. Ich habe mir heute mal die Stimme von Vicky geliehen, weil ich heiser bin. Ich bin ein 3D-Avatar und ich helfe dir, dass du deinen Videos eine persönliche Note gibst. Du kannst natürlich noch weitere Schauspieler auswählen. Wähle einen 3D-Avatar, der zu deiner Branche oder deinem Geschäft passt. Du erstellst damit professionelle Videos. Wie das geht zeige ich dir in einem anderen Video. Selbstverständlich kannst du dir auch einen männlichen 3D-Avatar aussuchen. Das Format von uns 3D-Avataren nutzen alle, die schnell Videos erstellen wollen. Du brauchst dich nicht einmal selbst vor die Kamera stellen. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg. Deine Lisa